herzlich willkommen zur 42 ausgabe der live show heute mit einem überraschungs gast sag hallo oder begrüße unsere gäste sie ist jetzt zehn sekunden vor dem beginn des livestreams da hereingestürmt ganz aufgeregt weil 42 wie vielleicht die douglas adams leser unter euch wissen 42 ist ja bekanntlich die antwort auf die ultimative frage man kennt allerdings die frage nicht aber auf jeden fall herzlich willkommen zur 42 ausgabe der wie manche behaupten dessen b2b talkshow im deutschen sprachraum andere sagen es wäre die einzige wie dem auch sei wir beschäftigen uns heute oder mit etwas was hunde ganz hervorragend können von natur aus mit dem thema kontaktaufbau und mein gast heute in der sendung ist richard blöß mein kollege von der impress challenge oder bzw von den impress challenges wir haben bereits ja zwei runden hinter uns und richard wird mit mir sprechen über kontaktaufbau über vertrieb über darüber wie er linkedin nutzen wir werden sogar live zaubern im interview richard ist nicht nur mein namens wetter sondern auch ein mentalisten kollege und oder zaubert ja auch dazu allerdings später mehr vorher heute in fragt den richard keine konkrete frage sondern ein thema das momentan wohl ganz linkedin beschäftigt nämlich dwell time das neueste das neue algorithmus update das ja ein wenig an time cop erinnert mit seiner berechnung zukünftiger wahrscheinlichkeiten beziehungsweise der einbeziehung dieser wahrscheinlichkeiten in die auswahl der status updates die wir im feed sehen das war jetzt ein verdammt langer satz für einen live stream herzlich willkommen an alle und ja bevor wir loslegen ein ja von mir an euch an meine community ich muss nämlich sagen letzte woche beziehungsweise die letzten zehn tage lief hier die anmeldung für die challenge 44 und das ist auf jeden fall eine disco kugel wert ich hätte nicht damit gerechnet dass ich fast 100 anmeldungen bekomme ihr habt es mir super schwierig gemacht da auszuwählen die ersten mails sind raus mehr details dann dazu in kürze danke auf jeden fall dann alle fürs mitmachen ich habe aufgrund der großen zahl der einsendungen die die coachingplätze von 11 auf 22 verdoppelt und für alle die ich diesmal nicht aufnehmen konnte wird es auch ein special und da ja eine kleine oder gar nicht so kleine entschädigung geben dazu in kürze mehr aber zuerst zu unserem heutigen einsteiger thema zum thema nummer eins wie gesagt dwell time was macht der neue algorithmus mit uns was tut er uns an oder anders gefragt was kann er für uns leisten irgendwas ist immer im weg bei dem intro die stuhllehne oder sonst sonst was worum geht es überhaupt bei dwell time nun eine ganz zentrale herausforderung nicht nur für linkedin sondern für alle social media plattformen ist es natürlich den newsfeed also jenen teil der plattform auf dem die nutzer in der regel einen großen teil ihrer zeit verbringen möglichst attraktiv zu halten wenn das nicht gelingt dann geht es einem so wie facebook oder xing und es gibt dann relativ wenig grund regelmäßig reinzuschauen wann ist der newsfeed relevant wenn er für mich personalisiert relevante inhalte anzeigt und da wir es auf linkedin ja nicht mit einer zerstreuung und entspannungsplattform zu tun haben sondern weil die nutzer hier unterwegs sind mit einem ganz klaren business mindset mit ja eben mit dem wunsch ihr business voran zu treiben ihre marken zu etablieren mag da auch niemand schöne bildchen sehen sondern man möchte eben in erster linie nützliche informationen informationen die einen selber weiterbringen das ist jetzt nichts grundlegend neues das war bisher auch schon immer so das haben wir auch alle in unseren content und link den workshops immer gepredigt dass es eben darum geht mit den eigenen inhalten möglichst nahe an der zielgruppe zu sein und für linkedin als betreiber sicht kommt sie darauf an aus dieser recht großen flut von status updates die ist natürlich umso größer je mehr kontakte du hast die mehr seiten du abonnierst auszuwählen was eben für dich die spannendsten sind da gibt es bisher schon eine sehr sehr komplexe systematik die über 180 faktoren einbezieht das sind das spielen die die hashtags eine rolle da spielt eine persönliche interaktions history eine rolle und da ist jetzt eben noch ja ein neuer faktor dazugekommen und dieser neue faktor da ist gar nicht so einfach zu verstehen da muss man ja schon ein bisschen tiefer graben aber linkedin hat diese informationen selber alle veröffentlicht und zwar wo geht es dabei ganz konkret wenn linkedin die auswahl für deinen persönlichen newsfeed zusammenstellt oder wenn der algorithmus das tut dann ist das bis zu einem gewissen grad natürlich immer ein best guess was könnte dich interessieren und eine sehr spannende frage in dem zusammenhang ist dann natürlich wie richtig war denn diese einschätzung und woran merkt man ob die richtig war man kann das ja nicht direkt messen man hat ja nicht denn die einzelnen nutzer sozusagen in einer laborsituation wo man jetzt ihr eye tracking oder so weiter misst aber was man eben sehr wohl remote und auch in großer zahl also als big data analyse messen kann ist die verweildauer eines nutzers bei einem status update also diese eben dwell time dwell to dwell sich irgendwo aufhalten dwell time die aufenthaltsdauer und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt wie diese zählung so funktioniert wenn wir beispielsweise an die views denken ein new im social media kontext diese statistik die dann bei den postings angezeigt wird die bedeutet genau genommen nicht dass jemand dieses posting tatsächlich wahrgenommen hat sondern dass es sich eben zumindest 50 prozent im sichtbaren bereich des bildschirms befunden hat also mit anderen worten wenn er da einfach schnell drüber scrollt über seinen newsfeed dann kann sein dass euer posting damit durchrutscht und da kann man jetzt drüber streiten ob das unbewusst wahrgenommen wird oder nicht ob jede art von aufmerksamkeit gut ist oder nicht aber wenn der da nicht zumindest kurz verweilt und vielleicht auf read more klickt oder was auch immer tut dann ist das schon ein recht guter indikator nicht vielleicht dass er in der inhalt grundsätzlich nicht interessiert aber dass es zumindest nicht gelungen ist mit diesem einen status update ihre oder seine aufmerksamkeit zu erregen und was die linkedin datenfüchse jetzt gemacht haben sie haben eben analysiert inwieweit man diese diesen unterschied zwischen jemand bleibt bei einem posting unter anführungszeichen hängen oder jemand scroll sehr schnell drüber nutzen kann für die zukünftige auswahl oder wieder anders umgedreht kann man es so hinbekommen dass man möglichst viele der postings über die der nutzer sowieso nur drüber scrollen würde gar nicht erst anzeigt und darum geht es im kern bei diesem 12 time update und wenn man sich das jetzt etwas genauer anschaut es gibt da einen sehr ausführlichen blogbeitrag von linkedin dazu in diese grafik hier erklärt eben den unterschied wenn jemand nur durchscrollen versus wenn er wenn er eine aktion vornimmt auf diesem posting und das lässt sich dann auch in bestimmten abstufungen darstellen und dann letztendlich auch für unterschiedliche posting typen wobei die threshold time da interessanterweise immer gleich war nutzen und daraus eben diesen faktor der ersetzt nicht den bisherigen algorithmus sondern das ist eben ein weiterer einflussfaktor der für die mathematiker unter euch basierend auf den bayeschen theoremen diese wahrscheinlichkeiten berechnet und wenn diese wahrscheinlichkeit dass dich ein bestimmtes status update nicht interessiert oder dass du drüber scrollst über einen bestimmten schwellwert fällt dann bekommst du es gar nicht erst angezeigt soviel also zum dwell time update was hat das für auswirkungen in der praxis ich habe am dienstag einen recht ausführlichen blogartikel darüber veröffentlicht ich werde euch die beiden artikel auch dann anschließend gleich bei den links in den show notes veröffentlichen und die konkreten auswirkungen ohne dass man jetzt deswegen ein statistik studium absolvieren muss muss immer eine gute idee aber zeit hat spannend sehr spannendes thema die statistik in der praxis wie ich bereits einleitend gesagt habe ändert das nichts grundlegendes und die sogenannten scroll stopper also diese verschiedenen möglichkeiten und methoden um eben die aufmerksamkeit von jemanden einzufangen um ihn auf ein posting aufmerksam zu machen die sind mindestens gleich wichtig wenn ich noch wichtiger als vorher und ein zweiter faktor kommt dazu eben die angesprochene verweildauer beim posting woher kommt überhaupt diese algorithmus änderung linkedin hat festgestellt dass zwar auf der einen seite die plattform wächst dass es auch immer einen immer größeren anteil an aktiven nutzern gibt und wenn ein nutzer aktiv ist wenn er likes verteilt wenn er kommentare schreibt dann kann man diese signale natürlich ganz gut auswerten aber auf der anderen seite gibt es eben auch sehr viele nutzer die nur mitlesen die sich status updates anschauen die dann aber nicht liken und die keine aktion setzen und wenn man jetzt nur diese social actions verwenden würde um für das eben für das auswahlmodell dann wäre es sehr schwierig für diese nutzer die auswahl besser zu personalisieren wenn aber jemand der nicht aktiv reagiert trotzdem längere zeit ein posting liest dann kann man das eben als indikator hernehmen und kann für die oder den dann auch entsprechend die auswahl besser personalisieren das also der grundgedanke der dahinter steht und das heißt für uns contentstrategen wir müssen uns noch mehr gedanken darüber machen wie wir nutzer dazu bringen im ersten schritt dass ihnen unser posting auffällt und im zweiten schritt dass sie sich idealerweise auch länger mit diesem posting beschäftigen und da fallen einem natürlich sofort zwei formate ein linkedin ist ja relativ reich an posting formaten die natürlich aufgrund ihrer internen oder ihrer ihrer klickstruktur sich ganz ganz besonders gut eignen um dramaturgien darzustellen und um bei den wenn man eben die richtigen geschichten erzählt und auf den richtigen hook oder einstieg wählt die nutzer oder einen sehr großen teil dann eben dazu bringen auch weiter zu klicken das ist wenig überraschend zum einen das format dokumente bei dem man die möglichkeit hat präsentationen powerpoints hochzuladen und dann diese eben auch blätterbar dargestellt werden und zum anderen das format fotogalerien wenn man also anstatt eines fotos mehrere bilder hochlädt beides formate die man sehr gut nutzen kann um im fall einer galerie mit den ersten drei bildern die werden dargestellt die restlich muss man weiter klicken im fall eines dokuments eben mit dem wegblatt oder mit der ersten seite wirklich neugierig zu machen und dann auch zum weiterklicken oder idealerweise bis zum ganz durch klicken zu animieren das würde also die verweildauer stark erhöhen überhaupt das dokumenten format eines der unterschätzteren formate auf linkedin bisher wird im zuge dieses updates sicherlich ein ja renaissance kann man gar nicht sagen aber eine eine erste eine erste blüte zeit erleben und natürlich dieser algorithmus ist nichts was in stein gemeißelt ist sondern wird auch ständig weiterentwickelt und man kann diese dieses hinzufügen der threshold times beziehungsweise dieses dwell time update als einen versuch ansehen den feed eben noch personalisierter noch relevanter zu gestalten in diesem punkt muss man auch wirklich sagen da quality und nicht kollidieren da die konvergieren ist das richtige worte konvergieren die interessen der nutzer und die interessen des plattformbetreibers natürlich sehr stark weil wie gesagt ein interessanter feed der führt natürlich dazu dass man dann insgesamt auch mehr zeit auf der plattform verwendet wie sich dann letztendlich vom betreiber auch wiederum besser monetarisieren lässt lässt und deshalb ja im hinterkopf behalten es ist ohnehin so mit das ist jetzt auch nichts linkedin spezifisches dass dieses spiel hat sich auf jeder social media plattform wiederholt je mehr nutzer publishing je mehr inhalte posten desto mehr steigen die einsätze desto mehr muss man sich überlegen desto schwieriger wird es auch aufzufallen und ich sage mal mit mit diesem well time update klingt in noch einen deutlichen schritt mehr in richtung nahe an der zielgruppe sein relevante inhalte fördern ich sage mal für so diese klassischen belanglosen pressemeldungen unternehmen xy meldet wir haben nichts zu vermelden rückfrage hinweis wenn man das konsequent macht dann wird linkedin ein ganz hervorragender platz um die eigenen inhalte sehr sehr gut zu verstecken beziehungsweise unsichtbar zu machen relevanz nahe an der zielgruppe und durchaus auch wie gesagt die posting länge und die verweildauer im hinterkopf behalten dann funktioniert es auch dann funktioniert auch der tanz im rhythmus mit dem neuen algorithmus dual time ein thema das uns also sicherlich noch längere zeit beschäftigen wird hallo milos hallo renate hallo aron freut mich dass ihr dabei seid hallo gottfried gottfried hat hier eine frage ist es nicht so dass user in der regel anspringen auf den meist angeklickten artikel das spielt sicherlich grundsätzlich spielt das eine rolle es in zwei phänomene die eine sache ist natürlich dass wenn viele nutzer einen beitrag anklicken dann ist das ein relevanzsignal auf der anderen seite auch für unsere persönliche wahrnehmung da wie dieses phänomen als social proof bezeichnet also mit anderen worten wenn du jetzt in deinem feed einen beitrag sie ist der extrem überdurchschnittlich viele likes hat dann ist das auch schon da muss ich genauer hinschauen das interessiert viele könnte mich auch interessieren da spielt natürlich auf der einen seite eine rolle auf der anderen seite beißt sich hier natürlich irgendwo auch die katze in den schwanz weil damit ein artikel oder einen beitrag überhaupt viele likes bekommt muss er natürlich erst einmal im feed angezeigt werden also dass sicherlich auch ein faktor der dabei zu bedenken ist hallo andrea und damit bevor wir zum interview mit meinem sehr geschätzten namens interest challenge und magie kollegen richard blöss kommen ein kurzer hack der woche der eigentlich wenn man es ganz genau nimmt nicht wirklich ein hack ist sondern ein neues posting format wir hatten auch dieses thema schon mal in der sendung nämlich umfragen auch ein format das wir von anderen plattformen kennen facebook hat hatte es eigentlich bei den instagram gibt es ihnen stories eine kleine mikrointeraktion erhält die freundschaft heißt es also ein kleiner klick eine abstimmung interaktive formate wir hatten das thema auch in der sendung schon mal es gibt ein eine browser extensions mit der man solche umfragen implementieren kann beziehungsweise konnte dieser browser extension wird wohl keine besonders blühende zukunft beschieden sein denn linkedin hat jetzt selber ein natives umfrage format eingebaut und zwar wenn man hier ein neues posting beginnt hier bei den eigens findet man das nicht aber wenn ihr hier auf start post klickt dann gibt es da unten in der auswahl jetzt neu diesen punkt create obwohl wenn man darauf klickt dann springt eben dieses interface hier auf die frage selber nur relativ knapp formulieren sind 140 zeichen also sozusagen die die alte länge von von twitter aus phase 2 und dann gibt es die möglichkeit standardmäßig zwei antwort alternativen schreit natürlich nach ja oder nein einzugeben man kann maximal bis zu zwei weitere optionen hinzufügen also maximal vier und jede antwort alternative darf auch wiederum nur 30 zeichen haben nehmen wir mal die zwei weg das passiert hier alles live und in echtzeit hier übrigens in diesem feld kann man nicht markieren auch hashtags werden in der frage nicht nicht da abgehoben dargestellt ja nein danke für die erinnerung ihr seht danke für die erinnerung sind schon 25 zeichen das geht also gerade noch aus und ihr habt dann hier noch die möglichkeit eine umfrage dauer einzustellen entweder einen tag drei tage eine woche oder zwei wochen lang in das hier mal auf einen tag mit dem klick auf dann kommen wir dann wieder zur normalen posting ansicht zurücksehen eine voransicht dieser umfrage die man hier auch noch mal editieren könnte und arm auch wichtig zu wissen das habe ich hier vergessen zu erwähnen es sind keine umfragen zu politischen themen zu medizinischen informationen oder zu sensiblen daten was immer man darunter verstehen mag erlaubt und ja die resultate werden hier gleich angezeigt und man sieht als verfasser einer umfrage dann auch wer wie umgestimmt abgestimmt hat ein bisschen schade finde ich dass man die umfragen nicht mit einem bild motiv kombinieren kann das heißt wenn er die hier einfügt in euer status update dann kann man link noch dazu rein kann man hier text sein und man könnte hier natürlich funktionieren auch hashtags man könnte auch ja eben die die üblichen eigens verwenden und wenn ich das jetzt poste sieht das ihm in meiner timeline eben genauso aus so ich wirf ich werfe hier gerade mal wo auch das ist ziemlich ziemlich will dann ich werfe mal den link zu diesem status update in den feed und dann kann man eben abstimmen auch als verfasser der umfrage damit 100 prozent nein stimme man kann die einmal getätigte stimme auch wieder rückgängig machen also ando und dann auch neu abstimmen und ich eben hier drauf klicken das habe ich vorher gemeint dann sehe ich nicht nur mich selber sondern sehe als verfasser der umfrage auch die anderen abstimmer also wie gesagt kein sehr elaboriertes umfragetool ja kann man aber nutzen um vielleicht kleine stimmungsbilder einzuholen wer ganz nett wenn liegt denn das noch etwas ausbaut aber umfragen sind eben da übrigens im zuge dessen der vollständigkeit halber auch hier ein weiterer neuer posting typ dieses offer help das ist kein neues format sondern wenn man hier drauf klickt dann kann man eben nur ein aus einer vorgegebenen liste auswählen in welchen bereichen hilfeleistungen anbietet und das resultiert dann in einem ganz normalen status update dass eben nur dieses anhängsel mit dem eiken und dem hashtag offering help einem eine special in corona zeiten dann ja vor ausgefüllt wird anders wie gesagt der neue posting typ umfragen damit kann man interaktivität in den feed bringen für die verweildauer wahrscheinlich nicht so der bringer nämlich genau eben aus dem grund weil so eine umfrage wie bereits erwähnt eben eine mikro transaktion ist also mit einem kleinen klickchen ganz ganz schnell abgeschlossen und damit kommen wir hallo hallo lieber frank herzlich willkommen bandwagon effekt ja ganz guter sehr guter punkt diese selbst verstärkenden oder selbst selbst abschwächend wenn man das so sagen kann effekte die spielen in den social media algorithm natürlich eine große rolle auch ein thema das mir durch den kopf gegangen ist im zusammenhang mit unserem genannten dwell time update wenn man da mal rausrutscht wenn der algorithmus mal festgestellt hat okay die status updates von dem sind super super uninteressant und der besucht einen workshop bei mir eine content strategie workshop schreibt anschließend super updates wie ist es dann kommt man dann wieder in den feed rein und da spielt die sogenannte die grading time oder degradation time eine eine wichtige rolle das heißt das ist kein score oder kein mäntelchen dass man dafür immer umgehängt bekommt dann muss auch wieder mal nachjustiert werden aber es ist dann tatsächlich so dass man wenn ihr so wollt die eigene posting historie entweder wie einen rucksack oder wie ein schweres steingewicht mit sich her schläft oder wie einen kite der zusätzlichen antrieb verleiht deswegen eben auch immer wieder die betonung darauf dass linkedin kein sprint ist sondern ja vielleicht nicht mal ein marathon sondern eher so etwas wie yoga oder kampfsport dass man eben wirklich sehr sehr langfristig macht und das auch langfristige resultate zeitigt und damit wie bereits angekündigt zum interview mit richard blös bleibt dran in kürze wird es eine weitere runde der der impasse challenge geben also feedback von uns im press bikan zu eurer wirkung zu eurer stimme zu eurem subtext und auch dazu wie es euch gelingt kontakt aufzubauen im persönlichen gespräch natürlich ein wichtiger skill aber ganz genauso auf video das ist richards spezialgebiet und darüber haben wir uns im gespräch unter anderem unterhalten und wie immer an dieser stelle soll es auch erwähnt werden ich freue mich natürlich ganz ganz rasend über kommentare und selbstverständlich auch über likes und damit zum ersten teil des interviews mit richard blös lieber richard ich freue mich sehr heute meinen ersten namensvetter zu gast in der show zu haben sehr gerne wir sind auch kollegen bei den mittlerweile impressed challenges die die zweite ist ja bereits abgeschlossen du bist experte für kontaktaufbau wie ist dein wie ist dein werdegang was genau machst du eigentlich ja das ist eine gute frage weil ich sehr viel mache und ich habe mal eine social media agenzur gehabt 2008 bis 2013 ich war der erste der in österreich facebook schulung gemacht hat da gab es klingt ihr noch gar nicht aber da kommen wir ja wahrscheinlich später zu und wir haben beim kunden gesessen und mein damaliger partner war technisch eher orientiert und der kunde hat gesagt ihr macht aber auch viel und dann sagt mein kollege sagt ja weil wir in wahrheit heiländer sind aber das glaubt uns ja keiner so ähnlich also ich habe vielseitige interessen ich habe mittlerweile fällt mir das immer so ein 86 matura heißt es ja in österreich bin ja deutscher ich habe 86 abitur gemacht dann habe ich bwl studiert aber wie jeder erfolgreiche mensch natürlich nicht zu ende ich habe nach fünf semestern dann aufgehört und da hatte ich schon kontakt zu dem finanzendienstleistungsbereich dann habe ich versicherungen verkauft ich bin versicherungsfachmann bankkaufmann also ich habe die versicherung gemacht nachdem ich bankkaufmann gelernt habe und war dann zwölf jahre lang im finanzdienstleistungsvertrieb und bin dann 2000 nach österreich gekommen für eine firma die shop software verkauft hat die firma beans das waren die java beans heute kennt ja war jeder 2000 war das komplett neuland und die geschichte ist die ich habe 99 eine freundin besucht in österreich die wohnte damals in mötling und da haben wir über ostern haben wir freunde getroffen und im oktober 99 krieg ich einen anruf ja hier ist peter ich sage welcher peter ja wir haben uns ostern kennengelernt die freundin hat gesagt du wärst ein verkäufer der auch trainieren kann ich sage ja ja dich brauchen wir und die erste idee war dass ich ein halbes jahr nach österreich gehe um dann das büro in düsseldorf zu übernehmen ich habe mir dann den markt aber angeguckt und 2000 war es so dass in deutschland hättest du mit der software irgendwie 15 konkurrenten gehabt und in österreich nur drei und technisch war ja war sowieso unschlagbar und dann habe ich mich am ersten april 2000 vorher aber am ersten april 2000 habe ich mich dann entschieden nach österreich zu kommen und war dann bei der bei der firma im software bereich danach war ich vertriebsleiter bei upc telekabel also alles was ich tue hat mit menschen zu tun im weitesten sinne dann habe ich mehrere jahre ams trainings gemacht zu der zeit als die ams trainer aber noch selbstständig waren da wurde man auch ja annähernd fair bezahlt für das was man da tut und ich behaupte jemand der ams teilnehmer trainiert hat kann jede gruppe trainieren weil das sind menschen ja die wollen nicht im kurs sitzen das ist die steigerungsform von schulklassen wo vielleicht manche so nicht ganz wollen das schwierigste publikum also du hast wir hatten also ganz am anfang hatten wir immer gruppen so sechs wochen immer zu zweit und mein kollege und ich haben damals haben eine regel eingeführt wir haben am ersten tag immer anzug und krawatte getragen weil du kannst netter werden du kannst aber nicht strenger werden das funktionieren was für thema hat jeder gemacht wir haben ganz klassisches bewerbungstraining gemacht das war bewerbungstraining wie schreibe ich eine bewerbung wie schreibe ich meinen lebenslauf halt auch input da waren wir relativ frei also ich habe den leuten das johari fans dabei gebracht die kommunikation funktioniert warum ich jemanden beim händeschütteln was ja damals noch ging in die augen in die augen schauen sollte und solche geschichten und am ersten tag haben wir im anfang krawatte getragen nur immer am ersten tag und unsere kollegen haben gesagt ihr habt heute wieder gruppenstart und das war insofern sehr gut weil die leute dann so am dritten tag gemerkt haben wir sind gar nicht so scharf wie wir den ersten tag durchgezogen haben weil wir hatten ja vorgegebenen rahmen da und dann haben die teilnehmer seid ja eigentlich ganz okay und dann kommen wir auch und alles alles easy weil du kannst kalt netter werden geht aber du kannst nicht strenger werden das ist zum beispiel mein erster tipp wenn man mit oder wenn man harte verhandlungen hat du kannst ja nicht wissen dass du kunden zum beispiel maximal 30 prozent gibst und du fängst sofort bei 25 prozent an also gibt es ihm sofort 25 prozent und weißt du hast nur bis 30 puffer ja und das sind so geschichten wo ich sehr viel gelernt habe gerade auch in den jahren als als ams trainer und seit ende 2017 ist mein hauptgeschäft im moment noch ich bin für europa zuständig für den pipeliner das ist eine sales software die direkter mitbewerber ist von salesforce was wahrscheinlich die einige einige kennen werden und der pipeliner ist nur zwei sätze dazu dass der pipeliner ist einfach visuelle als alle anderen systeme weil der pipeliner ist von vertrieblern für vertriebler und alle anderen crms sind von programmierern für vertriebler das ist ein großer vorteil wenn die leute die damit arbeiten das system designen das ja ja also wenn ich mal mit salesforce leuten rede die sagen ja wir haben das zwar aber happy ist bei uns keiner damit ja und es sind ja oft politische entscheidungen welche crm genommen wird und 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 also am anfang habe ich gedacht ende 2017 ja du brauchst halt zwei drei monate für einen größeren deal und im deutschsprachigen raum brauchst du sechs monate plus x für einen größeren deal also der vorlauf ist schon relativ relativ lange wobei seit 2017 sitze ich in zoom meetings also ich frage ich fahr ja nicht zum kunden ich kann ja nicht für eine für eine demonstration nach warschau oder nach klagenfurt fahren die einzigen kunden die ich in der vergangenheit persönlich getroffen habe wenn natürlich ein kunde was dass ich in mötling saß oder in wien oder auch mal in linz oder in der karibik ja karibik wird nicht bezahlt das hat man sich freigegeben und da habe ich auch sehr viel gelernt weil wenn du also ich verkaufe seit 35 jahren dinge also leute die mich kennen sagen also wenn du guten verkäufer brauchst ruf richard an egal welches produkt weil ich glaube ein guter verkäufer kann jedes produkt verkaufen weil es geht nicht ums produkt es geht darum das ist ja auch mein spezialgebiet bei den im presspeakern dass du kontakt zum gegenüber aufbaust eine frage zum bei kleiner so ab welcher unternehmens- oder vertriebsdiengröße ist das interessante software einzusetzen für ein unternehmen ab einer person ah ok ist das auch es gibt es ja es gibt eine starter version die ist halt relativ günstig das ist so jemand wie du der sagt okay ich habe viele termine ich muss ich habe leads ich habe verschiedene angebote zu tracken kann eine person das schon nutzen aber die meisten habe ich selbst was nicht wirklich eingerichtet die sind ja erst ab größeren salesforce kommt erst ab projektgröße 100.000 euro die rufen jenseits von 10.000 euro auf um überhaupt mal mit dir zu reden also also lizenzzahlen unter 20 will salesforce gar nicht haben das hält ihnen auch das spannende ist das ist auch ein learning also wenn ich jetzt mit jemandem rede also heute morgen habe ich zum beispiel ein angebot geschrieben nach budapest wo ich dann gerne mal wieder hin würde wenn ich das wenn der kunde da gekauft hat der hat gestern mit unseren leuten mit unserem backoffice hat ja gechattet und sagt ja ich brauche drei bis sechs lizenzen habe ich den gestern nachmittag habe ich das sofort gekriegt vom backoffice habe dann gestern nachmittag sofort angerufen und das schönste was dir passieren kann ist wenn jemand sich so für sein englisch entschuldigt hast du sofort eine brücke ja kein problem englisch ist ja auch nicht meine muttersprache und das ist mein großer vorteil weil mein englisch ist zu 80 prozent besser als von den anderen menschen in europa die halt englisch auch nicht untersprachlich sind und was ich sagen will ist der aufwand für sechs lizenzen ist der gleiche wie für 60 und mir ist auch der kunde gleich wichtig weil du hast drei vier fünf gespräche der einzige unterschied bei 60 lizenzen ist die meetings haben größeren abstand und was ich gelernt habe du musst wenn du über zoom verkaufst ist das ganz anders weil das hat sich jetzt also für mich hat sich der job so gesehen null geändert weil ich rufe die leute an vereinbaren zoom meeting und dann präsentiere ich meine software dann zeige ich auch nur meinen screen und beantworte halt die fragen und gehe mit dem kunden durch was was das software paket für ihn tun kann aber in der vergangenheit haben neun von zehn leuten die kamera gar nicht angemacht das heißt die herausforderung für mich ist ich habe mit dem kunden telefoniert manchmal habe ich aber auch mit der mit dem assistenten telefoniert und habe dann den ceo im meeting habe noch nie mit dem gesprochen und die machen ihre kamera nicht an und die haben auch kein interesse das tun weil die wollen nur die software sehen und das ist ein komplett anderes verkaufen und du hast aus meiner sicht hast du maximal eine minute 30 um da um da auszutarieren wie tickt dann gegenüber ist der er lustig drauf ist das ein erbsenzähler wie ist der drauf wie tickt der und das ist das ist aus meiner sicht die kunst in den ersten zwei minuten rauszukriegen mit fragen wie tickt das gegenüber immer egal verkauf privates treffen vorstellungsgespräch alles du hast zwei minuten um rauszukriegen wie dann gegenüber tickt und wenn du und das habe ich um das noch abzuschließen eine palettenreiche ausbildung hast dann hast du verschiedene möglichkeiten dann gegenüber abzuholen also ich habe zwei gesellenbriefe zwei berufe gelernt ich war zwölf jahre in der finanzdienstleistung beim deutschen ring das ist ein universalversicherer in deutschland und bei der bar sparkaste schwäbisch hall die man wahrscheinlich auch kennt ja und da wirst du zu tode geschult ja also vertriebstraining und und präsentationstraining die schwaben gelten das sehr fleißig innerhalb der deutschen ja und was man ja und der hammer ist also ich war in nordrhein-westfalen in einem team mit 14 leuten wir waren nur männer das war damals so das war 96 bis 2000 war das für mich und das spannende war in bayern gegen bausparen immer viel besser das ist heute wahrscheinlich auch noch so als im rest von deutschland immer das war so also die die durchschnittliche bauspare summe war in bayern immer höher als im rest von deutschland also bayern war so gesehen außen vor sowie wien ist anders bayern war auch anders aber vom rest von deutschland war unser team das erfolgreichste und ich war bei dem team immer so im oberen drittel ich weiß aber dass die leute die vor mir waren mit sicherheit zehn stunden die woche mehr gearbeitet haben also von daher bin ich ganz gut zurecht gekommen und das ist dieser dieser berühmte kontaktaufbau was du sagst da muss ich unbedingt noch mal einhaken weil ich habe im rahme meiner profiling ausbildung auch unterschiedliche systeme kennengelernt was du kennst du bcm das process communication model oder disco oder oder solche dinge wo du es kenne ich beim bcm gibt es dann auch persönlichkeits typen und du kannst jemanden analysieren langsamer oder schneller aber ein zwei minuten wie du sagst ist halt recht rasch was ist zum beispiel eine video meeting eine gute einstiegswaage wie geht es dir oder wie geht es ihnen eher nicht oder schon also meiner erfahrung nach ganz ganz generell also wir hatten ja mal alle zeiten wo wir vorstellungsgespräche hatten und wir sind dann irgendwo hingefahren haben sie es gut gefunden guten tag und whatever also ich versuche diese ganzen standard floskeln zu vermeiden ja und mit ja klingt vielleicht komisch aber mittlerweile nach 35 jahren ich denke da nicht drüber nach und ich freue mich wie machst du das du holst jeden richtig gut ab und mir erzählen ja auch beim hofer an der kasse menschen ihre lebensgeschichte also irgendwie habe ich da auch vielleicht es ist kein gehen das kann man alles lernen also ich war zum beispiel in meiner vergangenheit nie klassensprecher oder sowas also ich habe das auch alles irgendwann mal irgendwo gelernt und ich gehe im buddhistischen sinne lehrrein also ich bin um das noch zu ergänzen auch trainer für improvisationstheater das ist daraus entstanden dass ich vor über 25 jahren angefangen habe zu zaubern und da haben mir meine kollegen gesagt ja du machst das gut weil reden konnte ich ja damals auch schon vor 25 jahren aber so bühnentechnisch müsstest du dich noch ein bisschen auf munitionieren macht doch mal improvisationstheater und da bin ich dann immer von paderborn nach münster gefahren das sind 150 kilometer für ein für ein improvisationstheater wochenende und nach dem wochen ersten wochenende war ich so angefixt dass ich ganz oft da war und habe dann auch noch eine ausbildung gemacht und biete auch in loser folge wie ich zeit habe auch im raum wien so einmal im jahren improvisationstheater workshop an wobei mein goodie ist die leute die das auch anbieten die machen das auch gut die kommen aber alle vom theater ja das ist ein ganz wichtiges stichwort erwähnt du du zauberst auch ja kannst du kannst du einen kartentrick für uns machen wenn du kartenspiel hast gerne also dann können wir dann können wir was machen sind die kennst kennst du die 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 bei sich die amerikanische marke die auch in jedem die kennt normalerlei nicht aber die ist in die habe ich was meinen letzten legers besuch mitgenommen wenn das okay ist für dich dann ja passt ja 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 immer her ja cool also bicycle ist die die standard marke in amerika und da kann man natürlich tolle kartentricks machen aber in zeiten wie diesen ist es ja so dass man jetzt auf abstand arbeiten muss und deswegen muss man dann auch am besten das kartenspiel in zwei kleine teilen und dann kann man dem dem zuschauer eins hinschmeißen drei meter entfernt und dann kann man die karten rausnehmen und kann dann sehr praktisch sehr sehr praktisch ja genau ja ich habe mein 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 kartenbäckchen habe ich mittlerweile wieder zurückbekommen nachdem man sich ja wieder treffen darf also ich persönlich freue mich ja schon sehr auf meinen nächsten wahrnehmung trainingsworkshop am 12 juni vor ort mit mit maske hat man beim zaubern ja öfter es ist nicht gerade billig und wird auch immer schwieriger die jungfrauen zu besorgen fürs zu sehen aber abgesehen davon ja macht wirklich spaß sich auch mal mit den untiefen der eigenen wahrnehmung auseinanderzusetzen hallo liebe christina hallo friederike heitimo hallo daniel hallo heinz ja magie kommunikation social media lauter angrenzende tätigkeitsfelder und nachdem wir ja wirklich einige gemeinsamkeiten haben haben richard und ich und sehr ausführlich unterhalten das gesamte interview dauert fast eine stunde das gibt es dann in voller länge auch mit einigen denke ich sehr sehr interessanten bühnen dramaturgie tipps für für zauberer beformer sprecher und so weiter das gibt es dann wie gewohnt im podcast zum nachhören wir haben uns aber nicht nur über kontaktaufbau über bei kleiner und über kartentricks unterhalten sondern selbst verständlich auch über unsere lieblingsplattform linkedin und mehr dazu im zweiten teil meines gesprächs mit richard blöss viel vergnügen ich hatte eine eine frage die in dieser show natürlich immer vorkommt du kommst ja aus dem vertrieb du bist auch trainer eigentlich linkedin ist ganz stark verortet ursprünglich natürlich im recruiting aber eben auch im vertrieb es gibt den sales navigator wie wie nutzt du die plattform oder was was bringt dir linkedin selber wie ich muss ehrlicherweise sagen da müssen wir da noch mal privat noch mal muss ich mal dass ich linkedin zu wenig benutze also ich bin ursprünglich also ich habe immer ich habe immer noch ein premium account bei xing was ich ende des jahres wirklich überdenken werde ja ja die resultate sprechen für sich wahrscheinlich und na linkedin ist wirklich ein super also das tolle ist bei linkedin ist es super professionell jeder weiß es ist business du kannst den leuten auch was rüberschieben rüberschreiben und jeder weiß auch wir sind nicht beim roten kreuz wir wollen alle auch mal am ende des tages geld verdienen und wenn ich meine direkt message kriege ist das immer interessant dann schreibe ich halt nicht zurück ist interessant für mich oder nicht und linkedin ist auf der einen seite international ich glaube aber trotzdem das linkedin also singen ist quasi tot aus meiner sicht ja aus meiner sicht wieder wir haben mit recruiting im mittelstand nicht so viel zu tun ja dass es da noch in deutschland teilweise sie macht in spezifischen branchen ist für recruiting zu verwenden aber so wie wir es eigentlich brauchen als als promotion tool als brand building und vor und zum kommunizieren haben sie ziemlich den ausschluss verloren ja als der tag gekommen ist wo xing seine oberfläche an linkedin angepasst hat war eh alles klar und man also ich wenn das müsste ich mir jetzt mal sofort auf meiner agenda schreiben jeden tag eine viertelstunde xing noch zusätzlich machen da könnte man auch gerade in meinem geschäft crm mäßig richtig was tun